Vertraut. Vertraut bedeutet eng, befreundet. Vertraut bedeutet vertraulich, auch intim. Vertraut kann auch heißen, dass man etwas sehr genau kennt. Wenn du... Vertraut kann natürlich auch heißen, das kannst du, weil ich, er vertraut ihr. Und er ist mit etwas vertraut. Und man kann jemanden mit etwas vertraut machen. Sei dir bewusst, das, mit dem du vertraut bist, erscheint dir ganz natürlich. Wenn du etwas Neues tust, was dir nicht vertraut ist, erscheint es erst mal unnatürlich. Daher solltest du nicht nur darauf achten, was für dich bequem und natürlich wirkt, sondern es gilt, etwas einige Male auszuprobieren, um festzustellen, ob es für dich geeignet ist.